Hallo zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von pctip.ch. Ich bin der Flo und heute geht es mal wieder um WhatsApp. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben die Entwickler des beliebten Messengers ein neues Feature entwickelt. Nun ja, es ist nicht wirklich neu, aber für WhatsApp ist es neu. Und zwar geht es um diesen Einmalversand von Bildern, respektive um dieses Feature, dass Bilder, die ihr in Gruppen oder an Kontakte versendet via WhatsApp, nur ein einziges Mal vom Empfänger betrachtet werden kann und sich danach selber löscht. Ihr kennt das bestimmt von Snapchat oder auch Messengern wie Signal, die das Feature schon länger haben. Der Vorteil dabei liegt natürlich, dass diese Bilder nicht völlig unkontrollierbar vervielfältigt und mit Dritten geteilt werden können. Vorsicht geboten allerdings, nach wie vor können natürlich bei diesen Bildern oder von diesen Bildern Screenshots erstellt werden. Also ja, verschickt auch mit diesem Feature lieber keine Bilder, von denen ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass ihr sie auch verschicken wollt. So, nun, wie verschickt man ein solches Bild? Ihr öffnet WhatsApp und geht im Prinzip in eine Gruppe oder wählt halt den Kontakt aus, mit dem ihr Bilder austauschen möchtet. Ihr tippt hier ganz normal aufs Plus und wählt hier ganz normal die Foto- und Videomediathek an. Zumindest beim iPhone geht es so, wie man das bis anhin beim Bildversand auch gemacht hat. Dann wählt ihr das entsprechende Bild aus und bevor ihr es verschickt, seht ihr hier unten rechts dieses kleine Eins mit dieser gepunkteten Linie. Da tippt ihr einmal drauf, dann füllt sich der Kreis blau und das ist das Zeichen, dass dieses Bild, was ich hier gemacht habe vom Kölner Dom, dass dieses Bild von den Mitgliedern dieser Testgruppe, wo ich das hinsende, alle nur einmal sich das ansehen können und danach wird das Bild dann gelöscht. Ja, und anschließend drückt ihr hier einfach auf Versenden und so funktioniert das ganz einfach. Das wird jetzt hier auch nicht direkt so angezeigt, wie ihr das kennt, dass das Bild direkt so als Thumbnail angezeigt wird, sondern da steht nur Foto und daneben diese Eins. Das war schon der ganze Trick. Mal sehen, ob dies WhatsApp zu ähnlichem Erfolg verhilft wie Snapchat. Ja, wenn ihr das nützlich fandet, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Channel für mehr Content und wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.